Moin Leute, heute eine Runde Smash. Der Server dazu steht in der Videobeschreibung. Oh, das liegt. Falls ihr das auch mal spielen wollt. Auf jeden Fall... Ne, das ist gerade bei mir. Weh. Ist das, weil ich Vollbild spiele wahrscheinlich. Denn dann müsste die Videoqualität etwas besser werden. Runter, danke. Die Videoqualität etwas besser werden. Denn die ist ja nicht so hundertprozentig... Also da bin ich nicht hundertprozentig zufrieden mit. Bis jetzt. Und deshalb würde ich es erstmal so versuchen. Und das wird jetzt... Es wird schon gehen. Oh, oh. Okay, ist eh kein Abgeordneter. Den habe ich auch. Ich nehme lieber mal das Essen. Mit Achtung. Nein, das geht das, das tust du nicht, das tust du nicht. Was ist denn los, ey? Wo kann ich die denn... Ach. Was ist das denn? Das tust du nicht. Lass mich schon... Ach, das... Nein, 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 nein. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Hm. Oh. Die Angel, die ist insofern gut. Die macht zwar keinen Schaden, aber... Lass uns doch jetzt mal... Oh, du Äugel. Oh, nein, ich war doch noch dran... Oh. Verdammt nochmal. Sag mal, warum... So, was ist denn ich? Warum kann ich denn jetzt nicht mehr diesen Doppelsprung machen? Ach, geht doch. Und was? Haben wir hier ein Eisenschwert? Das ist doch nicht schlecht. Du gehst auch mal hier ganz schnell wieder weg hier. Na, geht ruhig alle auf mich, ja, ja. Ach, super. Mann. Hm. Ach, ja, ist klar. Geht ruhig alle auf mich. Die wissen wahrscheinlich eher, wer der Gute ist, wahr? Kannst du jetzt bitte mal da runter gehen? Ja. Ah, nein, nein! Ach, verdammt! Das war ja echt eine sehr schlechte Unwahr. Ich würde sagen... Dann nehme ich... äh, spiele ich jetzt noch eine Runde. Denn das riecht mich echt auf. Ich habe schon eine... Ich habe schon zwei Runden aufgenommen gehabt und die waren nicht super. Aber das hat nicht gescheit aufgenommen. Das ist echt... Zum Gott. Da hatte ich einen schwarzen Bildschirm. Also nicht Bildschirm, aber das Video da war... Da war das Fenster von Minecraft halt schwarz. Und das ist in... Unnötig. Ah, und da geht's auch schon direkt los. Hoffentlich wird diese Runde mal etwas besser. Nein, der Gleisenschwert ich die mal lieber weg. Das hier nehme ich nochmal... Ach, das... Das, 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 das... Komm schon, nein! Komm bitte... Nein! Was war das jetzt schon wieder? Tch. Ach, leg dich schon mal... Oh, nee! Hier kommen wir nicht hoch! Ich hab mich eigentlich ver-appen. So, was soll ich denn da noch machen? Warum bin ich es denn so hoch? Ist doch nicht normal! Jetzt bin ich bei 272, weil ich ein einziges Mal ins Feuer ge... ...ge... 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 ...gesprungen bin. Ich hab auch manchmal das ge... ...zu mich eigentlich ver-... ...und... 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 ... ...und... ...hier hab ich manchmal das Gefühl, dass meine... ... Prozentzahl da halt... ...nicht zurückgesetzt wird. Also, die war ja jetzt zurückgesetzt, das hab ich gesehen... ...wenn ich dann ins Feuer bin, dann hat die anscheinend... ...hab ich so das Gefühl, ist die wieder hoch hier. ... ...komm, was soll ich denn da erstmal machen? Außer ich find jetzt mal eine Pilzsuppe oder so... ...und... ...so muss eigentlich eh keine Scham... ...was ist denn?! ...das leckt aber auch gerade dermaßen, wenn ich Vollbild spiele... ...komm, du gehst jetzt erstmal hier baden... äh... ja... ...weg halt... ...lass mich doch in Ruhe, du Räume... ...du jetzt mal... ...was?! ...ich hab' dir nicht gefahren... ...ich hab' dich... ...ich hab' dich... ...ich hab' dich... ...was ist das denn?! ...ich hab' die Falle gebrochen... ...und du jetzt auch noch runter, 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 runter... ...nein, das ist nicht gut... ...ja, ich hab' ihn... ...ich hab' mich schon noch echter gebrochen... ...denn ich muss hier wieder rein... ...denn sonst... ...sieht's ganz schlecht aus... ...komm schon, komm schon... ...komm schon... ...geh' runter, runter... ...ach, was ist denn los gerade? ...eine so schlechte Runden hatte ich echt lange... ...ja... ...wer will jetzt nicht... ...das legt ja so... ...das ist doch... ...guckt euch das doch mal an... ...das ist doch nicht normal... ...wer kann denn bitte... ...okay... ...dann werde ich mir doch erstmal eben so'n schön rum... ...oder so was besorgen... ...da ist jemand... ...und dann geh' ich mal lieber weg... ...und werf' die nach da unten... ...das ist natürlich super Taktik... ...da muss man nur halt einen finden... ...das ist natürlich sehr blöd... ...nehm hätte gleich... ...kommt einer von hinten... ...und boxt mich hier runter... ...komm schon... ...irgendwo wird da was rumliegen... ...ach, da ist jetzt jemand... ...ok, ich muss mich mit der Box... ...das ist einfach so'n Zwang... ...das muss ich ihn einfach... ...nick machen hier... ...ja, das war klar... ...komm, jetzt boxt mich rein... ...boxt mich rein... ...danke... ...und... ...och man, das ist doch nicht normal... ...ja, das konnte nur... ...einer ist jetzt mal boxt... ...aber... ...aah... ...ja... ...mhm... ...lo ist einfach alle weg hier... ...ir... ...ir... ...kriegt mich hier nicht runter... ...vergesst es... ...och... ...selbst du nicht... ...auch wenn ihr Team macht, das geht nicht... ...her... ...ihr... ...och... ...ihr... in manchen Arenen gibt es auch ein Handschlag macht 4% nicht 2% das geht dann ein bisschen schneller aber hier komm geh weg jetzt ja komm so kommen wir auch nicht weiter hallo hör auf das nützt dir nichts du kannst dich nicht regenerieren also du hast was zu essen ach endlich nee das ist doch echt nicht normal scheinbar wegen der Aufnahme also tut mir echt leid wenn das so lag ist echt nicht schön dann weiß ich ich wollte das das Glasteil da ich muss mich noch nicht runter ich kann schlippen ich hab natürlich das Feuerzeug hier runter 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 nein das wäre doch die Gelegenheit gewesen gewesen komm weg jetzt oh 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 ach hat der seitwann ne da hat man da Falltür nützt dir nichts ach das war Ich bin noch der Beste. Und ich bin bei 511. Ich trinke eine Pilzsuppe oder sowas. Denn wenn jetzt einer kommt, habe ich 0.8. Vielleicht sind sie ja noch da unten am Kämpfen. Einer ist auf jeden Fall noch da. Und den werde ich erst mal in die Luft jagen. Ja, ja, genau. Flieg ruhig hoch. Alle, die noch da sind, haben ein Leben. Warte, warte, warte. Ach, da oben ist einer am Kämpfen. Ich verstehe. Ach, geh einfach weg. Was? Ach, das ruckelt echt so übel. Das kann ich doch nicht. Gehst du jetzt mal ganz schnell hier weg, ja? Weiß ich was, ich bin schon wieder bei 124. Das ist doch echt nicht normal. Ich sag's dir, wenn ich das noch gewinne, ich fresse Wesen oder sowas. Wie. Ach. Du, du, äh. Oder wie heißt du? Ach, doch. Lack, das ist 177. Ach. 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 Ach, ich krieg' ich schick' nicht, ich guter. Vergesst es. Hier lag' ich nicht an. es ist erzielt wird das ist doch die dringend der reine dann kann ich nicht weggebrochen gegen die wand oder schnackt links gab zum Eingang wieder raus ich glaub, ich muss mal hier ein bisschen meine Grafik einstellen und Stellungen runterstellen denn das ist ja echt nicht zu ertragen was, Finale? Das ist gut Finale wir beide sind die Letzten und ich mach den natürlich locker kalt, kalt, hier voll durch komm mit dem Kopf durch die Wand komm raus jetzt natürlich hab ich nur wenige Chancen denn ich bei zwei und jetzt, 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 ja, ja, ja ich bin noch echt der King, ja, ich bin der Beste ich bin der Beste ich habe gewonnen, obwohl ich so schlecht bin. Ich bin noch echt der... Was willst denn du, ey? Ich bin noch der King. Eindeutig denn, okay. Super Runde. Ja, ich würde sagen, dann war es das für heute. Äh, pff. Ich sage einfach mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.